Hallo, ich sehe ein bisschen verschrubbelt aus gerade, aber ich war gerade noch am schneiden und so. Und ja, ich wollte ein paar Sachen ansprechen heute, die mich ein bisschen... Ach, es ist ein bisschen frustrierend. Also es sind halt so manche Kommentare, die ich bekomme, gehen mir gerade ein bisschen auf die Nerven. Ich versuche ja immer, das nicht so super ernst zu nehmen, aber an manchen Tagen knallt es dann doch rein, vor allem, wenn man richtig viel arbeitet und eigentlich müde ist und eigentlich auch mal Urlaub bräuchte, der bei mir übrigens mehrere Jahre her ist. Also ja, heute ist einer dieser Tage, wo mir die Kommentare auf die Nerven gehen. Und ich möchte gleich dazu sagen, selbst wenn ich vielleicht jetzt ein bisschen in Rage komme oder negativ werde extrem, ich möchte dazu sagen, ich spreche damit hauptsächlich die Leute an, die das machen, an alle anderen, die immer total lieb sind, ganz viel Liebe an euch, ihr seid die Besten und vor allem alle, die jedes Mal unter meinem Video kommentieren und total lieb sind, vielen, vielen Dank dafür. Das ist so, 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 so lieb, weil ihr das eigentlich nicht machen müsstet, aber ihr macht es halt trotzdem. An alle anderen jetzt, die so eine Kommentare schreiben, wie ich es jetzt gleich sagen werde, nicht besonders nett, nicht besonders cool und ich würde vorschlagen, vielleicht mal selber zu versuchen, eine Anleitung zu erstellen, ein Video zu machen und einfach nie eine Pause zu haben. Wie gesagt, mein letzter Urlaub ist extrem lang her, selbst wenn ich nicht auf YouTube bin und irgendwelche Sachen mache, arbeite ich. Ich hatte ewig keinen Urlaub mehr. Also selbst wenn ich drei Wochen lang kein Video rausbringe, das ist nicht, weil ich eine Pause mache, sondern weil ich auf anderen Dingen arbeite. Also die Qualität meiner Videos hat abgenommen. Ich gestehe, ja, die Qualität hat abgenommen. Ich meine, ich habe mir am Anfang extrem viel Mühe gegeben, aber ich schaffe das zeitlich einfach nicht mehr. Die Qualität musste ein bisschen runtergehen, weil ich es einfach sonst zeitlich nicht mehr schaffe, irgendwas anderes zu machen, außer Hekel-Videos und das kann ich mir nicht leisten. Dann kann ich meine Miete nicht zahlen und auch nichts anderes zahlen, wenn ich nur YouTube-Videos mache. Also es tut mir sehr leid, dass die Qualität ein bisschen abgenommen hat. Ich meine, ich finde immer noch, man kann alles sehr gut erkennen. Ja, das Schriftliche an der Seite fehlt, das hat aber noch andere Gründe, dazu komme ich gleich. Man kann halt einfach nicht verlangen, dass jemand super krasse Qualität bietet, wenn man dafür im Endeffekt nichts zurückbekommt. Ich kriege von YouTube so gut wie kein Geld. YouTube zeigt keinen anderen Leuten, außer die paar, die mich abonniert haben, meine Videos. Sprich, es kommen sehr wenig Aufrufe. Die letzten Videos, die ich hatte, Moment. Die letzten Videos, die ich rausgebracht habe, die hatten einmal 800 Aufrufe, 1000 Aufrufe, 1000 Aufrufe, 2300 Aufrufe, 1000 Aufrufe, 1500, 1500 und dann kommt mal eins mit 5000 Aufrufen. Und das sind Aufrufe, von denen kann man nicht leben. Von denen kann man nicht leben, das funktioniert nicht. Ich habe nicht mal 100.000 Aufrufe im Monat und ich musste einfach schauen, wie kann ich noch YouTube machen, aber kann auch meine Miete bezahlen. Das geht leider vor. Und ich musste einfach mit der Qualität runter. Und wieso ich das Schriftliche an der Seite weggemacht habe, ist ganz einfach. Die Leute haben nur noch zu diesen Stellen hingeskippt, wo man sehen kann, was als nächstes passiert. Und das war's. Und YouTube denkt dann, oh, die Leute gucken gerade mal 30 Sekunden lang dieses Video. Ist ein schlechtes Video. Das zeigen wir niemandem. Das ist so schlecht. Das können wir niemandem zeigen. Und es wird dann einfach nicht weiter empfohlen. Und deswegen musste ich das Schriftliche rausnehmen, damit ich wenigstens eine Watchtime von einer Minute 20 bekomme. Ich meine, ich empfinde das nicht als bösartig von euch. Ich meine, jeder hat nur begrenzte Zeit am Tag, für solche Sachen. Und ich kenne das von mir selber. Manchmal sehe ich was auf YouTube und denke mir so, ja, das speichere ich mir ein, das gucke ich später. Oder ich skippe mal kurz durch, interessiert mich das wirklich. Das heißt, ich kenne das von mir selber und ich nehme das auch niemandem übel. Aber da ist halt der Knackpunkt, die Videos werden nicht weiter empfohlen. Die Videos bekommen kaum noch Aufrufe. Was bedeutet, man bekommt kein Geld dafür. Und dann kann ich für mich nicht rechtfertigen, meine komplette Freizeit dafür zu nutzen, YouTube-Videos zu machen und sie so gut wie irgend möglich zu produzieren. Ich meine, ich bin ja ganz alleine. Ich habe hier niemanden, der meine Videos schneidet, der das Voice-Over machen kann. Das mache ich ja alles alleine. Und da muss ich auch noch zusätzlich versuchen, irgendwie anders Geld zu verdienen. Und jetzt heißt es, ey, du musst TikTok machen, ey, du musst Shorts machen. Und ich mache das alles. Und es bringt halt trotzdem nicht wirklich viel. Und ich kann das halt einfach nicht machen. Ich lebe halt nicht davon. Ich kann davon gar nicht leben. Das ist... Und dann zu sagen, die Qualität ist runtergegangen, deine Anleitungen sind schlechter geworden, warum sind die Videos jetzt so lang, warum sind sie nicht mehr so kurz? Und dann heißt es wieder von anderer Stelle, es war viel zu kurz, das habe ich nicht verstanden. Kannst du die Videos mal länger machen? Also, wie ich das schon öfters mal hier auf diesem Kanal erklärt habe, ich kann es nicht jedem recht machen. Ich würde gerne weiterhin diese kurzen Videos machen, mit der schriftlichen Anleitung an der Seite, weil ich das persönlich am besten fand, weil ich mir dachte, oh, so kann man es am besten verstehen, aber ich kann das einfach nicht mehr machen. Und mir gehen diese Kommentare tierisch auf die Nerven, weil ich mir so denke, hast du schon mal selber ein YouTube-Video gemacht? Versuch doch mal, so einen Kanal am Leben zu halten. YouTube ist nicht gerade freundlich zu DIY-Kanälen, die jetzt nicht irgendwie Millionen von Aufrufen haben. YouTube ist richtig gemein zu solchen Kanälen, okay? Wir kriegen nichts geschenkt. Wir sind sozusagen am Ende der Nahrungskette von YouTube. Ihr müsst euch das mal angucken. Ich meine, als bestes Beispiel kann man eigentlich Kümer nehmen. Also Kümer-Tutorials, falls ihr ihn nicht kennt. Ich meine, 100.000 Abonnenten hat er und die Aufrufe sind so gering und ich glaube, seine Watchtime ist auch nicht wirklich lang. Wahrscheinlich ähnlich wie bei mir. Und das kann einen extrem frustrieren und dann kommen Kommentare wie, deine Videos sind schlechter geworden. Du bringst nur noch voll selten Videos raus. Ja, wie soll ich es denn machen? Ich meine, ich muss doch irgendwo mit meiner Miete bezahlen, Leute. Und wie gesagt, wenn ich jetzt gemein klinge, das geht wirklich nur an die, die nicht so weit denken, dass man von so wenig Aufrufen partout nicht leben kann. Ich weiß, dass es YouTuber gibt, die von ihrem Kanal leben können. Aber ich gehöre leider nicht dazu. Ich kriege auch selten irgendwie was zugeschickt, womit ich irgendwie Content machen könnte. Ich muss die ganze Wolle selber kaufen. Ich muss die Füllwatte immer wieder nachkaufen. Ich muss die Sicherheitsaugen kaufen. Also ich kann einfach nicht noch mehr machen und nicht noch mehr Zeit reinstecken. Und ich weiß immer gar nicht, wenn ich ja, ich rede jetzt hier in eine Kamera und ich überlege jetzt schon, lade ich das überhaupt hoch? Halten sie mich dann für gemein oder egoistisch? Oder I don't know. Ich will mich gar nicht darüber aufregen, aber solche Kommentare sind so frustrierend, wenn du deine komplette Freizeit da reinsteckst. Das ist so frustrierend. Und falls ihr es nicht wusstet, ich bin kein Mensch für Konfrontationen überhaupt nicht. Ich bin total harmoniebedürftig. Ich wünschte, allen würde es gut gehen, alle würden Kumbayama-Lord singen. Und naja, vielleicht nicht unbedingt Kumbayama-Lord, meinetwegen das Sailor Moon-Intro oder was weiß ich. Aber halt... Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also wenn ihr wirklich wollt, dass Hegel-Kanäle weitermachen, dann wäre es wirklich das Beste. Ihr guckt die Videos komplett durch, auch wenn es euch jetzt nicht so super interessiert. Ihr müsst es ja nicht mal direkt gucken. Ihr könnt es im Hintergrund laufen lassen oder so. Darf ich sowas überhaupt sagen? Wahrscheinlich nicht. Aber halt, wenn ihr so... Ihr wollt, dass die Leute weiter gratis Hegel-Anleitungen machen. Das Wort liegt übrigens bei gratis. Und dann irgendwie noch Forderungen stellen. Das ist halt echt heftig. Aber halt, ja, wenn man solche Kanäle unterstützen möchte, dann muss man sie wirklich komplett durchgucken oder wenigstens nebenbei laufen lassen. Einen Kommentar hinterlassen, einen Daumen hoch oder runter. Hauptsache Engagement. Weil sonst können die nicht überstehen. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich schon darüber nachgedacht habe, einfach zu sagen, okay, Schluss, bis hierhin und nicht weiter. Ich sitze übrigens nicht immer so da. Das ist nur wegen dem Mikro. Und sonst wäre es zu leise. Normalerweise sitze ich gerade. Wollte ich nur kurz sagen, wo war ich gerade? Oh, ich bin komplett durcheinander. Mich haben die Kommentare gerade sowas von kirre gemacht. Ja, ich will nur sagen, wenn ihr unterstützen wollt, wenn ihr wollt, dass es weiterhin diese Anleitungen gibt in Videoformat, weil manche brauchen dieses Videoformat, einfach um das wirklich zu verstehen, ging mir auch mal so. Ganz am Anfang, beim Stricken zum Beispiel, wo ich neue Muster ausprobiert habe, da habe ich tatsächlich diese YouTube-Videos gebraucht. und ich versuche die dann wirklich durchlaufen zu lassen. Aber das liegt auch daran, dass ich einfach weiß, wie YouTube halt funktioniert. Und ich verstehe, dass Zuschauer nicht wirklich verstehen, wie YouTube funktioniert. Aber Engagement ist super wichtig. Die Kommentare sind so wichtig. Die Daumen hoch runter sind so wichtig. Und die Watchtime ist so unfassbar wichtig. Weil sonst werden die Videos nicht weiter empfohlen. Und es ist so traurig. Ich bin seit 2013 auf YouTube. Ich habe nicht mal ansatzweise das Ziel erreicht, was ich erreichen wollte. Werde ich wahrscheinlich auch nie mit dem Thema häkeln. Das ist auch okay. Habe ich mich mit abgefunden. Aber es wäre so schön, wenn ich das weitermachen könnte, ohne mir überlegen zu müssen, ob ich die Zeit jetzt da reinstecken sollte oder nicht. Weil 800 Aufrufe sind jetzt nicht so der Anreiz. So gern ich auch für jeden Einzelnen irgendwie was machen würde. Aber so funktioniert es halt nicht so richtig gut. Ja, das wollte ich nochmal gesagt haben. Passt einfach auf, was für Kommentare ihr schreibt. Also wie gesagt, es geht jetzt nur an die Leute, die sowas machen. Dass YouTuber wie ich nutzen ihre Freizeit für die Videos. Das ist nicht mein Job. Das ist nicht mein Job. Das ist jetzt nicht meine Haupteinnahmequelle. Es ist... Ich mache das so gerne, weil sich manchmal richtig viele Leute freuen über die Videos, die ich rausbringe. Und nicht, weil es mein Job ist. Und ich würde gerne eine hohe Qualität bieten, aber das kostet einfach zu viel Zeit. Wirklich. Ich kann es so einfach nicht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Es klingt alles immer so... Du bist ja so... Du bist ja so... Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, ich wollte es nur mal gesagt haben. So gerne ich nur YouTube machen würde. Das kann ich mir nicht leisten. Und ja, wie gesagt, bitte. Die lieben Menschen sollen sich nicht angesprochen fühlen. Bitte, bitte nicht. Nur die Leute, die sehr viel nörgeln an Gratisanleitungen. Bitte... Bitte hört einfach auf damit. Es ist halt wirklich so furchtbar anstrengend geworden auf YouTube. Der Algorithmus ist so, so furchtbar. Und ich möchte es gerne noch weitermachen, ohne einen Nervenzusammenbruch zu kriegen. Ich habe am Sonntag wirklich gedacht, ich kipp gleich aus dem Latschen, weil ich war so müde. Ich musste ein TikTok-Video fertig machen. Musste in Anführungsstrichen... Ich setze mir den Mist ja selber. Ich verstehe schon. Ich bin selber schuld. An dem Punkt, ich musste das YouTube-Video fertig bekommen. Und ich dachte wirklich, ich lege mich jetzt hier auf den Boden und weine eine Runde und dann schlafe ich da einfach ein. Und dann bleibe ich da liegen. Die ganze Nacht. Ja. So geht es mir ganz oft. Und dann sieht man, dass das Video 800 Aufrufe bekommen hat und man denkt sich so, das war es jetzt nicht wirklich wert. Hätte ich mich mal einfach hingelegt oder den Sonntag genossen. Das habe ich übrigens auch schon sehr viele Wochen nicht getan. Also ja, ich wollte es euch nur gesagt haben. Und wie gesagt, an alle anderen, die immer super lieb sind, vielen, vielen, vielen Dank dafür. Danke, dass ihr immer einen Kommentar hinterlasst. Danke, dass ihr immer einen Daumen nach oben gebt. Danke, dass ihr die Videos guckt. Vielen, vielen Dank dafür. Und an alle anderen, passt einfach auf, was ihr sagt. Nicht jeder kann von YouTube leben, die hier. Und ja, unterstützt einfach die YouTuber, die ihr gerne guckt. Auch wenn da mal ein Thema kommt, was euch vielleicht nicht so sehr interessiert. Einfach damit der YouTuber auch weitermachen kann. Das wäre super lieb, super schön. Wir hören uns dann hoffentlich mit besseren Themen am nächsten Video wieder. Vielleicht sehen wir uns wieder. Vielleicht hören wir uns wieder. Je nachdem, was ich mache. Auf jeden Fall großes Sorry für diesen klitzekleinen Rant. Und ich hoffe, ihr habt einen entspannten Abend. Eine entspannte Woche. Einen entspannten Tag. Ich hoffe, ihr stresst euch nicht so sehr wie ich. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ja, unterstützt einfach die Leute, die ihr gut findet auf YouTube. Und wenn ihr mich nicht mehr gut findet, dann bitte sagt es einfach mal, dann weil dann gehe ich. Oder so. Keine Ahnung. Ach Gott. Ich bin so müde. Ich bin heute richtig müde. Na, auf jeden Fall. Wir hören uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.